Moin sinds YouTubes und herzlich willkommen zurück zu Trackmania Turbo. Der RT-Button da, der Beschleunig-Button, der ist bei mir irgendwie ein bisschen eingeklemmt. Ich weiß nicht warum, aber das ist kacke. So, wollen wir die nächste Strecke auch abschließen? Hier, wie viel Strecke war das da? Nicht behindert. Strecke Nummer 78, natürlich, natürlich, das wusste ich. Strecke Nummer 78 werden wir jetzt auch noch abfrühstücken und 79 und 80 auch noch. Alles klar. Erstmal so ein Wallride, weiß ich Bescheid. Also hierher durch den Dings springen, in den Wallride rein. Schön tief am besten nehmen bei den Wallride. Ja, so ist perfekt eigentlich. Vom Gas, vom Gas. Oh kacke. Gegen die Wand gekommen und das war auch nicht so geil. Oh nicht so tief, nicht so, oh mein Gott ey. Das ist schon ein bisschen nachhaltig, dass ich den Drift, okay Drift hier. Manchmal die Schilder sind gar nicht so schlecht. Das Problem ist einfach, dass man die auch echt lesen muss und in dieser schnellen Zeit einfach diese Schilder zu lesen, geht einfach nicht. Der sagte zum Beispiel auch Wallride. Auch verkackt. Easy all the paid work. So. Jetzt da schnell hoch. Jawohl. Wieder runter. Runter, runter habe ich gesagt, du Fotze. Äh, netter kleiner Plüschbär. Das könnte auch was, äh, na. Auch ein Synonym dafür sein, aber das wäre ein bisschen eklig dann. Wenn das Ideale entspricht ja nicht mehr, äh, ach mein Gott, viel anderes Thema. Dankeschön. Ja, das war gut, das war gut, das war sehr gut. Dann machen wir so einen Blödsinn wieder. Aber wir sind trotzdem vorne, obwohl wir diesen Blödsinn gemacht haben. Alter Verwalter. Ist echt heftig. Wir sind einfach trotzdem vorne. Ja, Silber ist auch mal drin. Man hat uns Gold hinterher noch überholt, obwohl wir diesen, ja, diesen einen Blödsinn hätten wir nicht machen brauchen. Dann wäre perfekt gewesen eigentlich. Dann wäre sogar, denke ich, mal Trackmaster drin gewesen, weil das wäre eigentlich so perfekt gefahren. Eigentlich. So schön eng und hast du nicht gesehen. Ja, alles klar. Total verkackt, ey. So, gib Gummi. I like your focus. Alles klar. Freut mich, dass du meinen Fokus likest. Wir können sogar ohne Speed verlieren durch. Alles klar. Weißt du auch schon Bescheid? Oh mein Gott. Da sind Gold und Dinges. Gold driftet natürlich perfekt um die Kurve rum, um die wir da die ganze Zeit gegenknallen. Und das müssen wir auch so schaffen. Das müssen wir auch echt schaffen. Aber es ist jetzt schwer. Trotzdem wogegen gekommen? Aber vielleicht schaffen wir es trotzdem noch. Gold überholt uns jetzt nicht auf den letzten Millimetern. Überholt uns Gold noch. Jawohl. Gold ist drin. 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 Zwar kein guter Platz, aber immerhin Gold ist drin. Danke fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut doch beim nächsten Mal da rein bei Trackmania Turbo. Ciao, ciao.